Kapitel 5 Was machen Sie beruflich? Aufgabe 1a Gespräch 1 Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Also wir haben da ein Problem mit unserem Auto. Was für ein Problem haben Sie denn? Wir hatten vor zwei Wochen einen Autounfall. Jetzt war das Auto in der Werkstatt, aber die Versicherung will nicht zahlen. Aha, wer war denn schuld an dem Unfall? Der andere Fahrer war schuld. Dann muss seine Versicherung auch zahlen. Gut, beschreiben Sie mir bitte nochmal alles genau und ich mache mir ein paar Notizen. Gespräch 2 Nein, so geht das doch nicht. Das sieht ja aus wie vor 20 Jahren. Das ist doch jetzt wieder ganz modern, oder nicht? Nein, nein. Heute setzt man die Bilder ganz in die Mitte. Am besten Personen in Nahaufnahme. Wir wollen doch Menschen etwas verkaufen. Und das funktioniert nur über das Menschliche. Aber wo platzieren wir dann das Produkt? Ach ja, vielleicht können wir das... Aufgabe 7b Immer mehr Menschen wechseln ihren Beruf, weil sie müssen oder weil sie wollen. Wir sprechen mit vier Personen. Wie zufrieden sind Sie in Ihrem Beruf? Wollen Sie vielleicht den Beruf wechseln? Frau Lingen, Sie sind Bankkauffrau. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Beruf? Ja, eigentlich schon. Ich arbeite nur Teilzeit. 25 Stunden pro Woche. Denn ich habe auch einen kleinen Sohn. Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Ich spreche mit den Kunden. Meistens ältere Personen, die nicht Internetbanking machen können oder wollen. Ich muss den Kunden auch neue Dinge erklären. Das mache ich ganz gern. Aber ich muss auch viele langweilige Sachen machen. Möchten Sie den Beruf wechseln? Ich glaube schon. Ich möchte später wieder ganztags arbeiten. Und dann muss die Arbeit interessanter sein. Haben Sie schon eine Idee? Ich habe viele Ideen. Das ist vielleicht das Problem. Vielen Dank, Frau Lingen. Jetzt spreche ich mit Herrn Graf. Können Sie sich bitte kurz vorstellen, Herr Graf? Also, ich heiße Alex Graf und bin Fahrradbote. Ist das nicht anstrengend? Ja, man muss schon fit sein, wenn man gut verdienen will. Aber ich mache ja jeden Tag Sport bei meiner Arbeit. Da brauche ich kein Extratraining mehr. Wie viele Kilometer fahren Sie an einem Tag? Zwischen 80 und 100 Kilometer. Das macht im Jahr so 22.000 Kilometer. Das ist aber viel. Ja, schon. Aber wenn ich viele Aufträge mache, dann verdiene ich auch gut. Und ich brauche das Geld. Wollen Sie umsteigen? Das fragen mich immer mehr Leute, weil ich schon ein bisschen älter bin. Wenn ich mal keine Lust mehr habe, dann mache ich etwas anderes. Aber wann? Das weiß ich nicht. Noch eine letzte Frage. Ist Ihre Arbeit gefährlich? Ja, schon. Es gibt schon ein, zwei Stürze pro Jahr. Aber ich hatte noch keinen schweren Unfall. Toi, 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 dass das so bleibt, Herr Graf. Vielen Dank. Bei mir ist auch Frau Mila Prokopitsch. Was machen Sie beruflich, Frau Prokopitsch? Ich arbeite im Restaurant Adria als Bedienung. Haben Sie diesen Beruf gelernt? Nein, ich habe eine Lehre als Friseurin gemacht und auch zehn Jahre lang als Friseurin gearbeitet. Aber da habe ich sehr schlecht verdient. Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit? Ich freue mich, wenn die Gäste einen schönen Abend haben. Dann geben Sie auch gern Trinkgeld. Arbeiten Sie gern im Restaurant Adria? Ja, sehr gern. Wir sind hier ein gutes Team. Die Chefin ist nett, die Kolleginnen sind nett und das Essen schmeckt auch sehr gut. Danke, Frau Prokopitsch. Zum Schluss spreche ich noch mit Stefan Richter. Was machen Sie denn beruflich, Herr Richter? Ich bin Lehrer an einer Grundschule seit fünf Jahren. Warum sind Sie Lehrer geworden? Ganz einfach. Ich mag Kinder. Ich arbeite sehr gern mit kleinen Kindern. Deshalb bin ich auch an einer Grundschule. Wie lange sind Sie täglich in der Schule, Herr Richter? Naja, neun Stunden oder ein bisschen mehr. Ich arbeite in einer Ganztagsschule. Der Unterricht beginnt um acht Uhr. Und die Kinder bekommen Betreuung bis fünf am Nachmittag. Ich arbeite auch am Nachmittag in der Schule. Dann wünsche ich Ihnen weiter viel Spaß bei Ihrer Arbeit, Herr Richter. Vielen Dank. Aufgabe 10 1 Frau Lingen muss den Kunden bei einem Termin etwas erklären. 2 Herr Dahlen fährt mit seinem neuen Auto in diesem Jahr nach Husum. 3 Frau Klemm liebt den warmen Sommer. In den kalten Wintermonaten lebt sie im Süden. 4 Selim fährt mit seinem Freund Achim zu seinem Onkel Hassan nach Aachen. Aufgabe 12b Gespräch 1 Firma Köhne, Sie sprechen mit Verena Achner. Was kann ich für Sie tun? 4 Frau Wenger ist gerade nicht am Platz. Kann ich etwas ausrichten? Ab zwei ist sie bestimmt wieder in ihrem Büro. Aber gern. Bitte gern, Frau Kuhn. Auf Wiederhören! Gespräch 2 Hier spricht Weiler. Können Sie mich bitte mit Herrn Felder verbinden? Ja, bitte. Herr Felder soll mich heute zurückrufen. Ja, bitte. Ja, das ist gut. Er kann mich bis 5 unter dieser Nummer erreichen. Vielen Dank. Auf Wiederhören! R1 Firma Scholz, Maria Scholz am Apparat. Guten Tag, hier ist Jeschke. Guten Tag, Herr Jeschke. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mich mit Herrn Mendes verbinden? Tut mir leid, Herr Mendes ist heute außer Haus. Wann ist er denn wieder zu sprechen? Sie können ihn morgen ab 9 Uhr erreichen. Kann ich etwas ausrichten? Nein, danke. Aber können Sie mir bitte die Durchwahl geben? Ja, gern. Die Durchwahl ist 5.09. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiederhören!